Das ist Bensi, der alte Berggeist. Ich hab ihn vor 20 Jahren ganz im Schach getroffen. Und ab und zu kann ich ihn überlegen, wo er auf seine Berg kommt. Schau mal Warnlaufen. Der tolle Kanier. Schau mal, Bensi, die ganze Sonne. Schau mal, Bensi. Wohooo. Yeehooo. Aaaaaaah. Oh ja. Haha. Komm mal. Jetzt vollgas. Ja, das ist das. Juhu! Da ist ein Entschluss. Wo finden sie das? Die kleine Kummerhandel. Ja. Bereit! Wir sehen uns. Wohohoho! Entschluss! Wir sehen uns. 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 Ist das hier der Parkvorgang? Scheiße, nicht die richtige Funktion. Noch, noch, noch. Papa Lafab. Papa Lafab. Papa Lafab. Papa Lafab. Jetzt fängt die zwei Daumen an. Wir hatten jeden Mal geklaut, das war. Wir hatten doch keinen vor. Ja. Jetzt sieht man doch die, die diese Brücke verölt hat die ganze Zeit. Irgendwann ist sie mit dem zweiten durchgefahren. Wir hatten so ein Typ. Wir stellen. Rein in den Höllenblitz. Rein in den Höllenblitz. Rein in den Höllenblitz. Das ist ein Typ. Sorry. Sorry. Bei euch. Ich bin.